Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KiCat-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, hier noch ein weiteres Video zum Schaltplan-Editor für die Grundfunktionen. Wir starten unser Programm. Wir haben hier schon unser altes Projekt geöffnet, Tutorial 1. Das wird ja automatisch übernommen vom letzten Mal. Wir starten mal den Schaltplan-Editor. Wir haben hier unsere Bauelemente. Ich drücke die Taste A. Damit kann ich meine Symbole auswählen. Wir sehen hier oben sind die Symbole angezeigt, die bereits hier im Schaltplan drin sind. Ich wähle hier gleich mein R wieder aus und lege mir hier mal so ein paar hin. Und beende das Ganze mit zweimal Escape. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel mal, das möchte ich euch zeigen, den Vorteil des Bildschirmfüllenden Fadenkreuzes, was ich ja hier drüben einstellen kann. Ich gehe mal hier drauf. Wenn ich jetzt also hier meine Symbole sauber positionieren möchte, kann ich also hier mit der Maus draufgehen, drücke die Taste M und ziehe mir das dann entsprechend hier runter. Ich kann das mit dem ebenfalls machen und wir sehen aufgrund dessen, dass das Fadenkreuz über den ganzen Bildschirm steht, kann ich hier schön sauber positionieren. Auch wenn diese Bauteile jetzt weiter auseinander liegen, sitzen die dann alle hier sauber in einer Flucht. Das ist für einen Schaltplan schon eine gute Sache. So, wenn ich jetzt mehrere Elemente, wir haben ja bisher immer nur eins markiert, wenn ich mehrere Elemente markieren möchte, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal von links oben nach rechts unten ziehen. Hier kann ich aber nur oder anders gesagt bei diesem Auswahlfenster, was ich jetzt hier treffe, werden nur die Elemente markiert, die vollständig eingeschlossen sind. So, ich gehe jetzt mal hier auf den dritten Widerstand, auf die Hälfte und lasse einfach los und wir sehen, es werden jetzt nur die beiden vorderen Widerstände ausgewählt. Nicht aber der dritte, weil der nicht ganz eingeschlossen war von diesem Auswahlfenster. Auch hier kann ich jetzt wieder mit der Taste M für Move bewegen. Das heißt, ich bewege jetzt aber nicht eins, sondern beide Elemente. In dem Fall die beiden Widerstände. Die Alternative dazu ist von rechts unten nach links oben. Hier wird alles ausgewählt, was von diesem Fenster, von diesem Auswahlfenster berührt wird. Ich gehe wieder hier auf meinen mittleren Widerstand. Der ist also nicht ganz bedeckt. Ich lasse jetzt los und wir sehen, auch R wird hiermit ausgewählt, obwohl er nicht ganz von diesem Auswahlfenster eingeschlossen war. Auch hier kann ich jetzt zum Beispiel mal mit der Taste R rotieren. Dann werden diese drei Elemente rotiert. Mit der Taste M kann ich sie hier wieder bewegen, wie ich das möchte. So, jetzt sehen wir, sind hier die Bezeichnungen falsch. Auch hier kann ich jetzt natürlich schnell mit der Taste O agieren, indem ich hier draufgehe mit der Maus auf das Element. Ich muss es nicht mal auswählen, einfach drüberziehen, die Maus und dann hier die Taste O drücken und schon wird das versucht, automatisch zu platzieren. Wir sehen, das gelingt nicht immer. Hier in dem Fall hat es ein bisschen eine Überschneidung. Ich kann jetzt hier dieses Einzelelement anwählen. Mit der Taste M kann ich das jetzt zum Beispiel hier seitlich bewegen. Ich kann das auch entsprechend anwählen und jetzt zum Beispiel hier her setzen oder hier drunter. Es sollte natürlich immer so sein, dass erkennbar ist, welche Bezeichnung jetzt hier zu diesem Element gehört. Also es würde jetzt nicht gut ankommen in einem Schaltplan, wenn ich jetzt hier das hier her setze, dann könnte ich das mit dem Widerstand verwechseln. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen ein bisschen aufpassen. So, ich mache das mal hier wieder mit O. Ziehen wir das hier dann nur ein Stückchen runter. Und damit wäre das schon mal platziert. Jetzt gibt es noch ein paar Tastenkombinationen. So ein Widerstand hat ja auch zum Beispiel ein Wert. Ja, R ist jetzt erstmal ja. Welchen Wert hat jetzt dieser Widerstand? Ist das 1 Kilo Ohm oder ist das 10 Kilo Ohm? Das kann ich jetzt eingeben, indem ich jetzt hier rechts auf Eigenschaften klicke, über das Kontextmenü. Dann komme ich hier auf diese, auf diese Einstellungen hier bei Wert. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel eben eingeben 4 K7. Und wir sehen, jetzt ändert sich das hier in 4 K7. Das wäre jetzt nach DIN-Bezeichnung ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand. Ja, das K ersetzt das Komma. In dem Fall wäre das jetzt eben ein 4,7 Kilo Ohm Widerstand. Es gibt eine schnellere Lösung als über das Kontextmenü. Ich kann jetzt hier dieses Element anwählen oder gehe auch nur mit der Maus drüber. Das reicht. Und drücke die Taste V für Value. Dann bin ich hier in demselben Fenster drin oder in einem ähnlichen Fenster. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier, das ist ein 10 K Widerstand für 10 Kilo Ohm. Zack. Und schon haben wir hier unseren 10 K Widerstand. Ich sehe gerade, hier oben habe ich ein großes K. Wir machen Kilo für klein. Also gehe ich nochmal hier oben drauf, V und ändere das in 4 K7, klein geschrieben, Enter. Und schon ist das beschriftet. Können wir hier unten noch machen. Nehmen wir V und sagen hier 22 K. Und schon habe ich hier meine Wertebezeichnung eingegeben. Weiterhin kann ich verschiedene Attribute verstellen. Das wäre ich jetzt vorsichtig hier von der Simulation ausschließen. Das kann unter Umständen Sinn machen. Von der Platine ausschließen wäre natürlich schlecht. Dann würde das nicht in der Leiterplattenplatine auftauchen. Das ist nicht so gut. Da würde ich also vorsichtig sein. Gehen wir nochmal ins Eigenschaftenfenster. Ich kann also hier auch schon einen Footprint zuweisen. Das machen wir aber später an einer anderen Stelle. Da geht das besser. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ein Datenblatt habe, könnte ich das hier hinterlegen, indem ich also hier einen Verweis angebe zu einem bestimmten Datenblatt. Das zeige ich euch nochmal. Wir gehen mal hier mit der Taste A in den WC107. Das ist ein Widerstand. Hier sehen wir, dass auch schon ein Footprint hinterlegt. Den möchte ich jetzt mal einfügen. Ich beende das Ganze. Und wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick oder mit der Taste E, ich gehe mal hier drauf, Taste E, bin ich im selben Fenster. Dann sehen wir hier, ist ein Datenblatt hinterlegt. Das ist allerdings hier jetzt ein Internetlink. Den können wir auch ausprobieren. Und zwar gehe ich mal auf Abbrechen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und drücke die Taste D für Datenblatt und ich bin im Internet, dann geht er hier auf diese Webseite und schon habe ich mir das Datenblatt für diesen BC107 geöffnet. Und könnt ihr jetzt hier die Werte zum Beispiel nachlesen, um zum Beispiel eben irgendwelche Widerstände, Vorwiderstände oder Kollektor-Emmeter-Widerstände zu dimensionieren. Für manche Datenblatt empfiehlt es sich, die auch lokal abzulegen. Ich kann also, wenn ich jetzt hier drauf gehe mit der Taste E, kann ich die also entsprechend hier auch als Link ablegen im System. Das heißt also C-Doppelpunkt und dann zum Beispiel irgendwo Ordnerstruktur zu dieser Datei würde genauso funktionieren. Soweit dazu. Wenn wir jetzt unsere Bauteile platziert haben und auch entsprechend elektrisch verbunden haben, sehen wir jetzt hier noch Fragezeichen. Dafür gibt es diesen Button hier oben. Und zwar, wo ist er? Das hier. Schaltplan annotieren. Also Schaltplan annotieren, das ist unser Button. Und wenn ich den jetzt auswähle, werde ich jetzt gefragt, ob ich diesen Schaltplan annotieren möchte. Und zwar entweder den gesamten oder nur das aktuelle Blatt. Und in welcher Reihenfolge? Lasst jetzt erst als Anfänger mal die Grundeinstellungen, so wie sie hier sind. Und ich gehe jetzt einfach mal auf annotieren. Dann rattert er hier einmal kurz durch. Er sagt, wir haben keine Fehler, keine Warnungen, hat alles wunderbar funktioniert. Und wir sehen aus dem Fragezeichen ist jetzt hier in dem Fall eine 3 geworden. Ich schließe mal. Er hat jetzt hier angefangen von links nach rechts und von oben nach unten zu annotieren. Das heißt, hier geht es los mit R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nach rechts. Und dann fängt er von oben nach unten an, in dem Fall 8, 9 und 10. Das gleiche dann hier für die Transistoren. In dem Fall jetzt hier von links nach rechts, Q1, Q2 und Q3. Damit wird das automatisch annotiert. Und ich habe jetzt eine explizite Zuweisung für meine Symbole. Wenn ich so ein Symbol mal bearbeiten möchte, könnte ich jetzt hier drauf gehen, auf diesen Button, auf den Symboleditor. Dann wird dieses Symbol oder dieser Symboleditor geöffnet. Und ich könnte jetzt diesen, in dem Fall den NPN, hier doppelt klicken und bearbeiten. Dazu gibt es später mal separate Videos, wenn wir uns ein eigenes Symbol erstellen. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Hier kann ich nochmal separat oder etwas genauer in meinen Bibliotheken suchen. Das ist eine andere Ansicht. Also über A erreiche ich ja die Auswahl, den Auswahldialog. Und hier über diesen Symbol Bibliotheksbrowser kann ich etwas genauer suchen. Ich kann nämlich jetzt zum Beispiel hier nach verschiedenen Anschlusstypen suchen. Ich kann hier nach diversen weiteren Informationen suchen, um meine Suche einzuschränken, wenn ich spezielle Symbole brauche. Das wird jetzt auch hier für den Anfang erstmal nicht nötig sein. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, falls da mal jemand drauf klickt. Und ich kann jetzt hier noch einen Footprint-Editor öffnen. Ich könnte jetzt hier eben zu diesem NPN-Transistor schon einen Footprint entweder selbst kreieren oder hier einen irgendwo entsprechend NPN oder einen Footprint nach dem Gehäuse auswählen. Auch da lassen wir erstmal im Moment die Finger davon. Das kommt später in späteren Videos. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.